Ja, moin liebe Freunde, willkommen zurück. Und zwar folgendes Problem, wir müssen doch mal von vorne anfangen. Und zwar habe ich die Version 1.3 jetzt drauf. Und ja, ich kann den alten Spielstand, konnte ich nicht mehr laden, auch nicht wieder herstellen. Was mich ein bisschen ärgert, denn es hat sich schon einiges getan gehabt, sagen wir mal so rum. Und ja, dann müssen wir halt leider Gottes wieder von vorne anfangen. Und das ärgert mich. Ich muss jetzt hier auch wieder alles einstellen. So, die will ich direkt verkaufen hier. Weil die braucht man nicht. Ich meine, der hat wie viel? 105 und der hat 125 PS. Ich meine, weg, oder? Oder? Ja, auf jeden Fall, der, der am wenigsten powert, der kommt auf jeden Fall weg. Das steht schon mal fest. Und nochmal 105 verkaufen. Tschüss, macht's weg. Brauchen wir nicht. Tschüss, hau rein. Wurde abgeholt. Sehr gut, sehr gut. So. Und dann brauchen wir einmal den Kollegen hier. So, und ich hoffe, die haben das jetzt auch mal mit dem Helfer geändert. Weil der hat ja mehr stehen gelassen, wie er geerntet hat, der Idiot. Abwarten gucken wollen. So, wir fahren nach vorne hin, würde ich sagen, ja, bis zum Westen. Drive-Control habe ich noch nicht drauf, kommt noch. So. 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 Ich würde sagen, wir machen hier erstmal zwei Bahnvogelwende. Na, jetzt muss ich gucken. Storablage ausschalten. Sehr schön. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh, nein. Kühe waren schon da. Ach, Mann. Aber egal, egal. Scheiß drauf. Mach weit von vorne. Mich schüttzt nicht. Ich spiele das Spiel super gerne. Aber hier zweimal. Oben zweimal. Und dann lassen wir den... Hallo, stopp. Den Helfer lassen wir dann nicht laufen, aber wir können mit GPS arbeiten. Schöne gerade Bahn bekommen und dann direkt Stroh verkaufen. Oder wir mieten uns eine Ballenpresse. Das können wir auch machen. Wie die Drehzahl auch runter geht, finde ich mega geil. Oh, 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 oh. Achso, oben links den Inspektor habe ich auch drin. Weil wir werden hier viel mit dem Helfer arbeiten müssen, um viel gleichzeitig zu schaffen, um an neue Gerätschaften ranzukommen. Ich würde sagen, zweimal Vorgewende hier erreicht. Ich glaube, die mal ein. Macht auch krasse Geräusche. Da muss mal geült werden hier. Da muss ja Norbert mal ran hier, wenn er kommt. Ich würde hier am liebsten, weiß ich nicht, zweimal rumfahren, komplett. Und dann hoch und runter. Dann haben wir 22 Prozent. Ist okay, geht aber besser. Vor allem ist das nicht gedüngt, habe ich das Gefühl. Das ist mega ärgerlich, ey. Aber egal, Leute, da war ja bisher nur eine Folge draußen, leider. Ich hatte keine Zeit. Aber dafür holen wir das jetzt nach. Und Livestream wird auch kommen. Ich weiß aber noch nicht wann, aber er wird auf jeden Fall kommen. Auf YouTube oder auf Twitch. Mal gucken. Ich habe Angst, dass ich irgendwas liegen lasse. Aber ich nehme alles gut mit. So. Da ist meine Maus. Da ist meine Maus. Aufsit die Scheiße weg. Braucht keiner. So. Ähm. Ja. Und wieso geht das jetzt nicht? Müsste er ja jetzt alles mitnehmen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da bunkert ja auch alles schön voll. Sehr gut. Wir kommen hier quer, habe ich das Gefühl. Ja. Ich mache, wie dann geht das, was ich bei は. Kaffee Wie die Drehzahl auch auf einmal runter geht. Ich finde das mega geil gelungen. Also das Spiel gefällt mir von Minute von Minute immer besser. Von Minute zu Minute. So rum. Nicht von Minute zu Minute. Immer besser. Ich finde es mega geil. Bis zum nächsten Mal. So, dann können wir jetzt gleich schon den ersten, also den Hänger holen. Dann haben wir hier Weizen. Muss mal gucken. Wie viel uns das bringt. Weil wenn die Preise noch nicht hoch genug sind, dann lagere ich das einfach rein. Können wir mal eben kurz nachschauen. Weizen, Weizen, da bringt beim Reifeisen 1100 die Tonne. Ist nicht viel. Und ich glaube Stroh bringt an die, also den Hänger, den wir da haben, wenn wir den voll haben, den Ladewagen bringt das an die 8000. Weil ich hatte ja in dem ersten Part hat man ja gesehen, dass es sich oder im zweiten den, denjenigen veröffentlicht worden ist. Weil der irgendwie Schrott war. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Und da habe ich das halt alles einzeln verkauft. Das gab dann auch, glaube ich, an die 8000. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir so. Ich bin mir so. So... So... steht nun mal unser hänger nicht bescheuert da da steht er drin alles klar nein das ist falsch zu der jauf der brülle für fangen wir mal ganz schön dahin dann schnell der sound ist einfach der hammer von den dingen so leute ich würde aber sagen das war es für die folge und wir sehen uns dann bei der nächsten folge würde ich sagen bis dann auch rein